Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 1. Oktober. Heute dabei Facebook, Chromecast, Elon Musk und Tesla. Beginnen tun wir mit der großen Nachricht des Wochenendes und des letzten Freitags, denn es gab einen Hackerangriff auf Facebook und 50 Millionen Konten sind betroffen plus eventuell noch weiteren 40 Millionen Konten. Also 50 auf jeden Fall, bei 40 ist man sich bei Facebook wohl nicht sicher. Und was ist passiert? Es gibt einen sogenannten Access-Token, wo praktisch zwischengespeichert wird, damit man sich nicht ständig anmelden muss, also dass die Anmeldung einfach aktiv bleibt. Und über den Weg sind Hacker irgendwie dazwischen geraten und konnten dementsprechend Zugriff auf diese 50 Millionen Konten auf jeden Fall bekommen. Und nachdem das jetzt aufgefallen ist, hat Facebook auch direkt reagiert und praktisch alle Facebook-Access-Tokens gelöscht. Das war dann auch der Grund, warum ich zum Beispiel und ihr vielleicht auch euch dann am Freitag bzw. am Samstag überall neu anmelden musstet mit eurem Facebook-Passwort. Das ist das Resultat auf der Vorsichtsmaßnahme. Ja, keine schöne Sache und schon beunruhigend, weil es ja wirklich eine große Anzahl von Konten ist. Und das Schlimmste ist, man weiß nicht, seit wann die Hacker den Zugriff hatten. Deswegen, Facebook ist halt einfach mehr Aktivität jetzt vor kurzem aufgefallen und dann haben sie halt geguckt und haben es halt entdeckt. Und entsprechend sind sie auch vorangegangen. Aber die Lücke, die da ausgenutzt worden ist, die existiert schon seit Mitte letzten Jahres. Also, ja, also wundert euch nicht, wenn ihr euch noch anmelden müsst bei Facebook, wenn ihr nicht gerade am Wochenende aktiv wart. Dann ist das der Grund und wir halten da weiter ein Auge drauf. Da wird bestimmt noch viel rumkommen. Angeschlossene Dienste an Facebook sind davon im Prinzip auch betroffen. Also zum Beispiel Tinder, Spotify, Instagram natürlich. Das einzige, wovon der einzige Dienst, der davon nicht betroffen wurde, das ist WhatsApp, die zwar auch zu Facebook gehören, aber natürlich ein komplett eigenes Ökosystem mit eigener Anmeldung und einer ganz anderen Struktur haben. Von daher, da könnt ihr ruhig ein Gewisses weiter eure Nachrichten schicken. Bei dem anderen, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Ansonsten, wie üblich, bei sowas ruhig mal die Passwörter wieder ändern und durchaus mit einem komplexen Passwort versehen, falls man vorher ein einfaches hatte. Ja, da, wo auch jemand nicht aufgepasst hat, das war bei der amerikanischen Kette Best Buy. Die sind ja so vergleichbar mit Mediamarkt oder Saturn bei uns in Deutschland. Und bei Best Buy war auch nicht zum ersten Mal mal wieder ein Gerät im Regal, was eigentlich noch gar nicht hätte verkauft werden sollen. Und dadurch ist es entsprechend, in Anführungsstrichen, geleakt. Ja, diesmal handelt es sich um ein Google Chromecast, das wohl erst beim kommenden Google-Event am 9. Oktober vorgestellt worden wäre. Ist ein, ja, wie gesagt, Chromecast, der wurde geupdatet, ist ein Tick dicker, ist jetzt matt und nicht mehr glänzend, hat auch nicht mehr das Chromecast-Logo, sondern das Google-G da drauf. Und der Kollege, der das da gekauft hat, stand einfach im Regal, der hat sich schon an der Kasse gewundert, beziehungsweise der Kassierer auch, denn das Ding konnte nicht gescannt werden. Aber, da es halt den gleichen Preis hatte, hat der Kassierer einfach das alte Gerät aus dem System dafür genommen, hat es dem Kunden verkauft, der ist nach Hause und konnte damit auch erstmal nichts anfangen. Denn die Google Home-App, die man dafür benötigt, die, ja, kann damit noch nicht arbeiten. Also, da muss er wohl bis zum 9. Oktober warten. Wie gesagt, es ist kein großes Update, matt auf glänzend, Logo verändert, ein Tick dicker. Ja, unter der Haube werde ich da auch nicht viel erwarten, aber wie gesagt, wir wissen bald mehr. Ja, was wir auf jeden Fall jetzt auch wissen ist, dass Elon Musk sich eben nicht alles erlauben kann. Ja, der hatte ja getweetet, dass er Tesla wieder privat machen möchte mit 420 Dollar pro Aktie. Und dann ist die Aktie ja hochgegangen, dann hat sich das Ganze als, ja, Traum von ihm verwirklicht. Es gab also keinen Investor, der da stand und es mitgemacht hätte. Ja, und nichtsdestotrotz, dann ist die amerikanische Börsenaufsicht entsprechend auch vorgegangen. Denn so einfach geht das in Amerika nicht, dass ein Vorstandsvorsitzender und CEO einer großen Firma einfach mal so ein paar Sprüche raushaut und damit logischerweise auch den Aktienkurs beeinflusst. Das Ganze wäre wohl einen Schritt weiter gegangen, wenn die sich jetzt nicht geeinigt hätten und sie haben sich geeinigt. Und was bedeutet das? Ja, das bedeutet erstmal, dass Elon Musk 20 Millionen Dollar Strafe zahlen muss. Tesla muss auch nochmal 20 Millionen Dollar Strafe zahlen. Diese Summe soll den geschickten Investoren zugutekommen. Wie das gemacht wird, weiß ich jetzt nicht. Aber die werden da schon einen Grund finden. Dann wollte eigentlich die Börsenaufsicht, dass Elon Musk nicht mehr CEO der Firma ist. Da haben sie sich jetzt so geeinigt, dass er nicht mehr der Vorstandsvorsitzende ist, also sich selber kontrolliert. Und den Sitz muss er aufgeben. Da wird ein neuer Vorstandsvorsitzender gewählt. Dazu kommen noch zwei neue unabhängige Direktoren, die in den Verwaltungsrat berufen werden. Und somit ist er jetzt ein bisschen mehr dem Elon Musk die freie Hand genommen. Denn vorher stand der ganze Aufsichtsrat, Verwaltungsrat direkt hinter ihm. Und er konnte schalten und walten. Und jetzt ist dem nicht mehr so. Gleichzeitig soll jetzt auch kontrolliert werden, wie Elon Musk sich halt auf Twitter und wahrscheinlich auch auf anderen sozialen Netzwerken und in der Außendarstellung verhält. Denn der SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, der scheint das wohl ein Risikofaktor zu sein. Und das kann man, glaube ich, durchaus auch unterschreiben, dass der eben nicht einfach so Sachen raushauen kann und sich dem schon bewusst sein sollte und entsprechend jetzt auch kontrolliert wird. Tja, dann gucken wir mal, ob der sich auch daran hält. Mich würde es nicht wundern, wenn wir in der Geschichte noch ein bisschen Action sehen. Aber wenn wir schon bei Tesla sind. Tesla hat jetzt sehr wahrscheinlich seine angestrebten Quartalzahlen für die Produktion des Model 3 erreicht im dritten Quartal. Und ja, da hatten sie 50.000 Model 3 Autos angesetzt und sie haben wohl jetzt bis zum 28. September diesen Jahres 51.000 Model 3 Autos hergestellt. Damit sind sie jetzt, glaube ich, bei 5.000 Model 3s pro Woche. Insgesamt, ja, nicht, also jetzt das Quartalziel erreicht, aber insgesamt, glaube ich, immer noch hinter den ursprünglichen Zielen hinterher hinkend. Und das große 35.000 Dollar Einstiegsmodell, das ist immer noch nicht am Horizont und in der Produktion. Tja, da halten wir auch weiter ein Auge drauf über die Produktionszahlen. Aber zumindest dann noch eine gute Nachricht, wenn es schon beim Elon selber nicht so gut läuft. Ja, und das war es dann auch schon. Facebook hat einfach alles dominiert mit den Nachrichten und der Elon kam noch dazu. Tja, morgen haben wir hoffentlich wieder ein kleines Roundup mit unterschiedlichen News vom Start in den Oktober. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Kommt gut in die Woche, kommt gut in die Schule, zur Arbeit oder in manchen Bundesländern in Deutschland sind es jetzt auch Ferien. Wenn ihr Ferien habt, schönen Urlaub, wenn ihr irgendwie wegfahrt. Und ansonsten, ich hoffe, wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.